Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, können sie aber nicht sehen. Oh, ey, geh doch da rein! Ach, das ist ne Feste. Oh, nett. Oh, da ist ein Bienenkorb. Toll, da passt sich ja nicht gerade viel. Ich habe gehört, dass wir hier bald das Lager räumen. Wo ist denn das Blümchen? Da. Du könntest einen Sklavenkopf in die Luft werfen und er wäre von Polzen durchbohrt, bevor er überhaupt wieder Richtung Erde wegelt. Hast du einen dabei? Dann könntest du mir das auspuppeln. Den haben wir erst mal weggischen, der Gold. Jetzt habe ich zwar keine Geschossen mehr, aber das kommt noch. Die Früchte über Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Urums springen, sind nichts weiter als... Ich brauche mal neue Pfeile. Welche Gedanken verleihen euch in der Schlacht Stärke? Ich liebe dieses schöne Gefühl. Alles, was schwach und ähnelt ist. Diese blöden Bienen machen nichts. Ist ja voll nervig. Du hast es doch auch gehört! Gibst doch zu! Nichts als gerecht, der die von den Menschen verbreitet werden! Was hat dann Borghu wie aus dem Nichts entzwei geteilt? Ne, ich war es nicht, der ihn entzwei geteilt hat. Irgendwie rüber? Eigentlich nur das Iridin haben. Äh, V. Und in Deutsch? Das ist die Tildin, Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Und er war ganz schwarz und voller Unrat von Muruglager. Nicht viel schöner, wenn alles schwarz und dreckig ist. Was du nicht sagst, Darklight? Was du nicht sagst? Also die Linken hauptsächlich nur Upslayer, okay. Oh Mann, die werden da hinin gerichtet. Ich brauche mehr Pfeile. Okay, das will ich jetzt mal genau sehen. Hallo? Ah, dann laufen die also dort weg. Ah, okay. Kann man gut als Taktik nutzen. Ich wollte hier nur das Iridin haben. Mehr wollte ich gar nicht haben. Hier ist noch ein Artefakt? Soll der Grabwandler sich doch zu Tode anstrengen? Er ist kein Gegner für die Uruk. Hallo? An der Ecke festpacken. Aber das ist es nicht. Ist vielleicht doch da unten? Da ist einer runtergefallen. Oh mein Götchen! Hästliche Visage. Oh, da hinten ist ja noch einer. Was? Dieser U-Bug wurde erschlagen? Nein! Da ist ein Arschloch oben. Quitts dich! Ich brauche noch neue Pfeile. Danke! Oh, wen haben wir da? Uh, Tug. Uh, Tug der Unbewegte. Dankeschön! Kann ich Details von dem? Nein! Toll! Wieso trete ich eigentlich immer gegen die Leute an, gegen die ich gar nicht suche? Aber okay, es ist einer der vorderen. Gut! Nehmen wir natürlich mit. Kann ich... Sag mal, Slayer, kann man den Käfig aufschießen? Oh, shit! Ah, Moment! Fähigkeiten! Ein Punkt! Äh... Nein! Ah... Oh, oh, jetzt... Jetzt kann ich's holen. Mehrere Aim geschossen. Sehr schön. Natürlich haben. Okay. Was ich bescheid, Slayer? Müsste also klappen. Alles klar. Oh! Ich glaube, der hat mich gef... ...dehen. Oh, Mann, jetzt fallen doch da unten rein! Arschloch! Oh, nein! Da ist eine Leiche! Wer hätte das gedacht? Das reicht mit deinen Schattenangriffen! Nicht mit mir! Hat doch eben gerade hervorragend funktioniert! Ich hab da bloß nur oben irgendwie so ein blödes Arschloch! Was mich... ...nerven könnte! Der war ziemlich schnell erledigt. Morbock! Der Sadist! Hm, der gefällt mir jetzt schon. Okay. Anfällig für Kampftodesstöße. Anfällig für Schleich... äh, Schleicher... ...Todesstöße. Ah! Sehr schön! Und klack! Tja, der Unbewegte hat sich viel bewegt. So, was haben wir hier? Was? Wähle eine Rune aus und drücke X, um sie zu zerstören. Und zu... Ah, uuuh! Ich kann die umwandeln in Kohle. Töte ihn durch Waffen verursachten Schaden bei Angriffen von hinten um 14%. Ha! Wo ist der Waldläufer? Ich will ihn töten! Wo ist er? Komm, sag mir, wo ist er? Ich töte ihn für euch. Ich komme dir jetzt da hoch! Na, bist du es? Danke für diese Pfeile! Äh, Fokus deaktivieren. Was hat geschieht, wenn der unkle Herrscher wiederkehrt? Oh! Der ist frei! Ja! Fresst sie alle auf! Ja! Fresst sie alle auf! Ja! Fresst sie alle auf! Da! Über uns! Uh! Die können ja da hochklettern! Ey, wie kann ich auf euch reiten? Oh! Wer will ein Leuchtfeuer anzünden? Ah! Nix damit anzünden! Nix damit anzünden! Priss ihn! Ha!! Ha! Ha! Ich mag die Viecher! Ha! 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 Ey, was greifst du mich denn an? Ich hab euch rausgelassen. Greifst mich an. Und dann auch noch voll verbuggt. Hulalala. Böse, böse, böse. Oh, es ist tot. Ich glaub, ich hab einmal zu doll draufgeschlagen. Ja, ja, in die Grube. Gleich. Ich will hier... Wieso kann... Wie kann ich den denn mir schnappen? Ah! Ja. Guck, guck! Äh, okay, gleiches System. Mit Last Change. Uh, Einführer. Einführung. Karagor-Angriffe. Auf dem Rücken eines Karagors. Drücke zum Angreifen linke Maustaste. Drücke zum Beißen rechte Maustaste. Unachtsamen Feinde und gewinnt Gesundheit zurück. Oh, toll. Entschuldigung. Halte rechte Maustaste gedrückt, um den Fernkampfmodus zu verwechseln. Halte linke Schifftaste und tippe linke Maustaste, um einen Angriff von oben auszuführen. Dabei steigst du ab. Ah, okay. Wo haben wir den Gegner? Da sind Gegner. Wuppa! Oh! Ich bin Feuer und Floppe! Ich will beißen. Wie geht denn beißen? Ah, wo einmal kurz antucken. Ah, okay. Ja, Witz. Ja! Fütterungszeit. Oh, oh. Oh, nein! Oh, hallo! Wenn ich fertig bin, bleibt nichts von dir übrig als ein Blutfleck. Aha. Was suchst du denn hier? Ah, toll. Tschin, tschin, tschin. Wir reiten im Kreise. Ich muss das Feuer händen. Was? Ich weiß nicht, was geht. Ich muss das Feuer nicht entzünden, du. Hat das bloß sein mit dem Feuer? Das ist eine furchtbar, furchtbar, furchtbar dumme Idee mit dem Feuer. Ja, weiß ihn, zerfleisch ihn. Aber. Ey, die haben meinen Kleinen umgebracht. Oh, nö. Ist halt aber böse. Jemand muss sich um das Feuer kümmern. Ja, mach doch dann das Feuer an. Alter, ist ja schnell. Oh. Haha, daneben. Sieh nicht aus den Augen. Ansonsten sterbt ihr. Macht euch bereit, Jungs. Auf in den. Ich kreis mich ja auch immer kleiner. Oh, das werdet ihr immer mehr. Könnt ihr jemals mit den Fallen aufhören, auf mich zu schießen? Kuckuck. Oh. 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 Und. Hingerichtet. Boah, das werden immer mehr! Könntet ihr mich mal in Ruhe inrichten lassen? Geht aber einen auf die Knackwurst! Wie war's das? Hab ich jetzt alle gemäuchelt erfolgreich? Oh Erika! Puh! Oh toll, noch zwei! Ja ne ist klar! Du wirst nicht! Oh so langsam geht die mir aber... Alter! Da kommen ja noch mehr! Oh scheiße! Jetzt muss ich definitiv laufen! Ey ich hatte gar keine Anzeige! Ich höre schon die Klänge meiner Beförderungszeremonie! Was für ne Scheiße! Gar keine Anzeige gehabt! Mann! Boah! Ich hätte vorher laufen müssen! Korfeld der Fleischsammler! Ja klar, du bist mein nächstes Ziel, du blödes Arschloch! Uruks, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position in Saurons Armee herausfordern! Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen Macht hinzu! Drückelehrtas, um vorzufahren! Naja, es sind ja schon einige Plätze frei, ne? Oh toll, der wurde befördert! Toll, der Platz da hinten war ja auch schon frei! Aber warum? Ey! Leck mich am Arsch! Sind so viele wieder dazugekommen? Naja, aber das erste Mal tot im Jahr! Was sind diese Firmen aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden! Dort, wo alle anderen Lichter versagen! Das war ein Match! Hey, wer hält denn da oben die Ketten? Bin ich das? Hm, interessant!